Jo Freunde, was geht ab? Ich bin Sven wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neue wöchentliche Aufträge. Woche 6 fangen wir direkt an und zwar lande bei Frenzy Feeds oder Shattered Slabs. Einmal fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja Leute, ich lande jetzt auf der Karte ganz genau hier, ganz genau bei Shattered Slabs, Leute, egal wo. Also wer weiß, ich lande gerade bei Shattered Slabs, weil es näher an dem Battle Bus dran ist. So, ihr könnt natürlich auch hier auf der Karte bei Frenzy Feeds landen. So, zack, einfach mal landen, dann habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen, Leute. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, abonniert gerne meinen Kanal, lasst geloggt, nicht bis kein Video mehr verpasst. Damit schon wir sagen, war schon mit dem Video und ciao, haut rein, bis nächstes Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.